Wozu hat man Hotkeys, um Programme zu öffnen, wie zum Beispiel Firefox oder so? Ich muss mal wieder Fallen legen, fällt mir gerade so ein. Das kann echt gut sein. Nächster Halt. Die Götzen kommen nur langsam voran. Ich habe also genug Zeit, wieder raufzuklettern. Ist das denn ernsthaft, der wieder raufklettern? Das hat dem so Tyrell auch keiner beigebracht. Okay, auch nicht schlecht. Ähm, ich muss noch kurz raufklettern haben. Razor, der... Äh, hat Bing, hast du gerade die Teilmots verteilt, oder? Ach so! Ha! Warte mal kurz, vergiss es! Äh, Solitaire hat einen 300-Sekunden-Bann. Äh, ich habe nichts gesagt heute, sorry. Das Wort Solitaire hat einen 300-Sekunden-Bann. Und zwar auf mindestens fünf Schreibweisen. Oh Gott! Das heißt, Razor hat jetzt einen Bank kassiert für was, was es... Äh, was er nicht weiß. Tja. Äh, sorry. Deswegen spiele ich inzwischen Jesus, Trust und mir, aber... Äh, ja. Ich habe ihn anwendet, okay, danke schön. Ähm... Die Idee dahinter war... Seilpfeil, okay. Die Idee dahinter war, dass ich Jesus und Trust ein bisschen trollen wollte und denen halt dieses Solitärzeug wegnehmen wollte. Aber, naja. Geht halt auch ab und zu nach hinten los. Danke, Hipping. Äh, Lagerraum. Ich habe das Schloss am Lagerraum angebracht, Schwester. Mit steigender Zahl der Götzen müssen wir auch unsere Vorräte besser schützen. Ich vertraue darauf, dass du nur denen öffnest, die es war oft verdienen. Oder verdient haben. Gepriesen sei Orion. Ich denke gerade die ganze Zeit, wenn ich Orion höre, an das Sternenbild, beziehungsweise an meinem Black, das nervt ein bisschen. Ähm... Naja... Ich habe irgendwie das Gefühl, der oder die öffnet niemanden mehr. Aber das kann man nur erahnen. Sieht nach Blut aus. Nicht so toll. Ja, ich weiß, Marc. Das ist, äh... Das war der Versorgungsaufzug. Was für eine Teufelei ist das? Das waren diese Abscheulichkeiten. Die Veräusche ziehen sie an. Halte die Augen auf den Bulder. Ich habe auch mal... Ja, du bist doch Mord. Ach komm, Trost, das ist aber nicht nett von dir. Ich habe auch mal... Ich habe da hinten Beute gesehen. Ich kann nicht widerstehen. Deswegen steht da oben wie ein Elster. Ähm... Solitaire ist auf ein paar Schreibweisen gebannt. Und ich glaube, das war es eigentlich. Wenn alle geheilt sind. Hä? War das ein Mensch oder ein Schatten? Da ist offenbar nichts. Mir tut der Rücken weh. Ja, und wenn du einen Zug hast, rumtrollst, dann wirst du einen manuellen Bann von Hate Being kriegen. Oder von mir, je nachdem. Ähm... Aber sonst... Aber sonst... Oh, sie hat die Helle Gebäude. Gedeutscht. Das ist aber schön. Ich kann gar nicht wissen, was ihr gemacht habt. Der Solitärbahn ist auf 300 Sekunden, ja. Ist Absicht. Oh. Plündernotiz. Oder Plündernotiz. Oh, es ist 1 Uhr. Standard ist 500, das ist richtig. Aber ich habe Solitär auf 300 runtergesetzt. Weil es eigentlich nur so ein Trolldingens war zwischen Jesus, Trust und mir. Deswegen sollte das nicht so hart ausfallen. Genug ist genug. Ich habe den Tresor gefunden. Ich habe ihn aus den Ruinen ausgegraben. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn den ganzen Weg zum Ladebock geschleppt. Ich habe ihn und jetzt habe ich jede verdammte Kombination von 0, 0, 0 bis 6, 7, 2 ausprobiert. Ich versuche keine einzige Nummer mehr, unlöserlich. Ich habe ihn scheiß Anteil. Ich habe ihn, wenn du willst, was darin ist, dann geh zum Lade-Dock und mach es selbst. Ich habe ihn. Gut. Trust, keiner ist gegen dich. Im Gegenteil. Es gibt sogar den einen oder anderen, der froh ist, dass du dabei bist. Zum Beispiel ich, weil ohne Zuschauer wäre ich nichts. Gut. Das war es wie für heute. Morgen machen wir diesen spannenden Teil hier weiter. Ich vermute mal, das ist der letzte Absatz. Oder letztes Kapitel. Also Freitagabend dann halt. Ich glaube, ab Montag werden wir noch ein paar Tage Aufträge machen. Ich habe da richtig Bock drauf eigentlich. Aber das schauen wir uns dann an. So. Jetzt schauen wir uns erstmal das Voting an. Achso, ja, bevor ich das jetzt mache, aber verabschiede ich mich von den Zuschauern von YouTube. Denen wünsche ich schon mal eine wunderbare gute Nacht oder Tag, je nachdem. Und auf Twitch geht es jetzt weiter mit dem Chat.